Na halli hallo, herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Essence Creed 4, Freedom Cry. Ich schnapp mir mal gleich diesen Typen hier, der den Schlüssel hat. Hoppala, Verzeihung, Mensch, das ist schon... Das kann schon mal passieren. Ich bin hier gar nicht da, sei leise. Nein, ich bin nicht da, ich bin im Gebüsch, gucke dir das an. Na komm her, Freund, komm her. Komm her, Schätzchenlein, kommen Sie hierher, Richtung Gebüsch, damit ich Sie abschlacht kann. So. Wir sind dabei, Schnuggel, wir sind dabei. Hoppala, bitteschön. Du hättest das gleiche getan. Höchstwahrscheinlich nicht, aber... Ich darf dich verprügeln, bis du Blutspuck. Wie war das? Bitte. Was kann das latschen? So, aber wir können ja hier mal... Hab Vertrauen in dich. Nicht ganz, Schatz, von Gott, nicht so, aber ich bin da und schlendere mich jetzt hier hinauf. Irgendwie. Hoffentlich, vielleicht. Irgendwer quatscht hier doch schon wieder. Oder egal, wir müssen hier den Kirchturm hinauf, damit wir uns, weiß ich noch nicht, hier den Punkt holen, damit wir mal wissen, ob hier irgendwas in der Nähe ist. Ich meine, das ist ja... Sag mal, Adavalli, komm, ein Stückchen noch. Stückchen gleich. Oh Gott. Alter, wie hoch ist das Ding? So, synchronisieren mal und schauen uns diese wunderhübsche Insel an. Ein Traum. Ein Traum. Okay. Alter, wie kannst du auf dem Ding da stehen, Alter? Wir kommen hier wieder runter. Ha. So, schladdadadatsch. Aber das sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber wir gehen gleich mal hier hin, weil hier ist die Quest. die jetzt hier... Was ist denn das? Wo geht's denn hier rein? Hallo? Geht's hier rein? Wollt ihr mich verarschen? Wo ist die Ruhe? Oh, wie ihr quatscht. Schönen Tag. Hallo. Yallo. Warum schüttet das jetzt plötzlich wie aus Kübeln? Sehr spontan. Jeden Tag treffen mehr Sklaven ein. Menschliche Fracht ist sehr lukrativ. Einst hoffte ich, Männer von Bildung könnten erkennen, was sie anrichten. Doch Profit macht sie blind. Mit dem richtigen Schiff könntest du die Sklaventransporte vor dem Eintreffen abfangen. Mhm. Doch es steht dir frei zu gehen. Du hast den Maroons von Saint-Demain schon mehr als genug zurückgezahlt. Definitiv. Und ich bin nicht dein Herr. Ich kann nicht für dich entscheiden. Ich brauch ein Schüpf. Die Brigantine wäre angemessen. Du musst nur die Kuh loswerden. Bastian wird uns ihre Mädchen geben, um die Männer wegzulocken. Oder du zündest den Turm an, um sie abzulenken. Beides gute Möglichkeiten. Mhm. Was ist das? Knallkörper. Einige deiner Rekruten haben sie mitgebracht. Vielleicht kannst du sie benutzen. Exzellent. Auf dein Zeichen hin werden sich unsere Männer dir anschließen. Ich erfreue mich daran, dass sich so viele Leute auf dir hinter mir stehen. Nein, äh, pfff, weiß ich nicht. Das ist, äh, ganz cool. Was ist denn das schon wieder? Knallkörpers. Knallkörper werden Wachen in der Nähe zu ihren Positionen locken. Wenn sie angezündet werden, setzen sie sie ein, um für Ablenkung zu sorgen. Oder um Wachen vom Schiff auch wegzulocken. Drück sie. Okay, okay. Warte. F. Boah, was ist das? Darf ich dich töten? Katsching. Hoppala, Verzeihung. Es tut mir voll leid. Okay. Noch ein bisschen Leichern plündern. So. Alles ist gut, junge Frau. Ich bin hier nur auf der Durchreise. Aber guck dir das Wasser an, Alter. Es ist, es läuft, es läuft einfach das Gebäude runter. Es ist so gut. Okay. Da unten ist irgendwas. Sehe ich das richtig? Ne, ich möchte keine Knallkörper werfen, aber... Wie machen wir das am besten jetzt? Warte mal, doch, ich spalle mal die Knallkörpers hier hin. Ne, Knallkörpers müssen wir schauen hier. Guck sie dir an hier. Flop. Guck nicht. Ich bin hier auf der Durchreise. Verzeihung. Der da oben ist scheiße. Oh ja, genau deswegen ist der scheiße. Guck nicht. Können wir den inra... Komm, wir machen den mal inraged. Weil dann greift ja die ganzen Leute hier unten. Jetzt gucken er so. Guck nicht hier hin. Hier ist nichts. Sag doch, hier ist nichts. Schönen guten Tag. Ach, den Tod, oder? Ach. Für den Arsch. Stirb. Alles ist gut. Die denken sich, sie ist hörbar auf sie gestorben. Niemand vom Lass. Geh mal ins Gebüsch. Alter, weil ich ins Gebüsch. Ins Gebüsch. Nicht... Ah. Alter, weil ich... Ja, den kannst du tot machen. Genau. Mach den von hinten ins Gesicht. In your face. Oh, und dann hier noch. Und... Katsching. Weißt du Bescheid. Nichts ist los hier. Ich muss hier nur hoch. So unaufwendig. Was muss ich tun? Darf ich... Hä? Was? Wie? Wo? Ach so, unten. Alter, aber leg hier mal runter. Hier, lass mal los. Danke. Hochjagen. Das würde ich unglaublich gern tun, wenn du mir sagst, wie... Willst du mich verarschen? Du sagst mir hochjagen. Hochjagen. Das würde ich unglaublich gern tun. Wie kann ich das mal ein Pulverfass unter dem Turm platzieren? Ah, ah, ich... Ich verstehe. Ich bewege mich. Und klammere mich an dieses wunderhübsche Pulverfass. Komm her. Schlendere. Das Gebüsch hat aber alle. Das Gebüsch. Das guckt mir so. Gucke weg. Ich muss das hier hinpacken. Goodbye, my friends. Ich muss ins Gebüsch. Ja, geht ruhig weg vom Schiff. Was soll ich sagen? Ich weiß es nicht. Ah, da war leh, die Grafik. Der ist so hot. Sprich ist Wasser. Alles gut. Hier ist niemand. Alles gut. Hier ist nichts passiert. Ich schlinder mal so ganz unauffällig hier Richtung Schiff. Klammisch fest. Ja, ja, ja. Na ja, ja. Ist immer richtig. Nein, alles gut. Ich muss hoch. Tschüss. Goodbye. Oh nee. Oh, Jesus. Ich weiß nicht, was ich tue. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin nicht wieder runter. Doch, ich muss wieder runter. Weil der mich sonst abschnuddelt hier vorne. Wart's ab, Freund. Ich komme hoch. Wo ist er? Wo ist er? Ah, der ist weiter oben, ja? Ah, ja, ja. Wart's ab. Ich komme. Warte. Bin gleich da. Die ganze voll vor... Was? Oh Gott. Der hat mich runtergeschubst. Ich glaube, es geht los, Freund. Hier. So einen Scheiß gibt es bei mir nicht. Nee, gibt's nicht. Kannst du mich selber runterfallen, Arschkeks. Plattwache. So, äh, was? Ich muss noch weiter hoch, ja. Oh nein, Adamalina. Jetzt muss ich wieder nach ganz oben. Du bist nicht so Arsch, Freund. Du bist nicht echt so Arsch, ne? Kannst du dich hier festhalten zumindest. Das ist schön. Okay, jetzt muss ich schon irgendwie nach oben kommen. Möglichst schnell. Oh, Freunde, oder? So. Aha. Okay. Kannst du hier hoch, bitte? Und dann hier weiter hoch? Dankeschön. Sehr freundlich. Oh ja, ja. Ah. Aha. Okay. Ein Stückchen doch. Warte mal, ein Stückchen doch. Kannst du. Zufällig. Warte mal. Ja, ja, genau. Genau das. Du es. Oh. Ja, sehr schön. Jetzt müssen wir hier rüber schlendern. Du bist jetzt wahr, also ich sag's dir. Ja, äh. Nee, warte mal, wir müssen noch weiter hoch. Wie soll ich, sag mal. Hängen. Nee, hängen wollte ich an sich nicht. Wie kann ich das hier machen? Was erreichen oder es dir genauso gibt? Würde ich gerne machen. Funktioniert nur leider nicht ganz so. Wie soll. Kannst du dich mal so runter? Dankeschön. Ah ja, ja. Ja, wie sieht richtig? Oh. Oh oh. Oh oh. Die Flagge brennt. Die Flagge brennt. Jetzt ist es mein Schiff. Meins. Ja, mach mal die Ballast von Bord, ey. Braucht keiner. Franzosen. Mein neues Schiff. Ein bisschen reparieren kannst du es schon hier. Die erfreuen sich ja. Geil, wa? Hab ich alles gemacht. Muah. Da freut sich der Alpe der Walle. Ah, da kommen wir jetzt hier weg? Aha. Na ja. Prostituierten. Na, ich hab die Prostituierten aber nicht gesehen. Wo waren die denn? Wo waren denn die Prostituierten? Nö. Aber wir wollen ja hier Prostituierten jetzt nicht so anprangern. Oh Gott. Oh Gott, jetzt muss ich wieder schiftern. Oh Gott, jetzt muss ich wieder schiftern. Warte mal, wie waren das? Warte mal kurz. Müssen nämlich mal gucken. Ah, ja. Hab ich... Oh, ich hab echt... Ich hab echt... Alter, ich hab Mörser. Ich mach gar nicht. No risk, no fun. Ha, ha, ha. Lös, ich muss nur ran hier. Keine Maroons, die deine Hilfe brauchen. Wir sind sicher nicht die einzigen, die auf Saint-Domingue für die Unabhängigkeit kämpfen. So, Freunde. Das ist möglich. Ich war seitdem nicht mehr dort. Los geht's. Oh, warte, ich muss den Käpt'n treffen. Der ist ein Homo-Fürst, Mann. Ist der tot? Ich glaub' ja. Ich bin mir nicht sicher. Ja, der Walli, komm. Schwinge deinen sexy, sexy Arsch hier rüber. Schönen guten Tag. Aua. Sag mal, willst du mich verarschen? Warte mal, ich möchte... Au, warte. Ich würde gerne... Alter, ich würde gerne... Sag mal, willst du mich veräppeln? Ich bin hier... Es geht langsam los. So, 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 hier. Lass mich stehen. Das ist meiner. Er hat sich einem Gruppenmitglied verloren. Ihr wollt mich doch veräppeln. In your face hier. Aua. Das war immer. Au. Ich hätte gerne das Ding explodieren lassen, dann wäre das alles wesentlich schneller gegangen. Von hinten. Nee, kannst du vergessen, hier. So, Freund. Vamos. Ist der voll gut.